Yo, meine Prendinos, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück bei Eikuchen und ich weiß, ihr werdet euch sagen, was ist das denn für eine kranke Frisur? Nein, nur dass ihr Bescheid wisst, ich habe jetzt zwei Jahre die gleiche Frisur getragen, deswegen dachte ich mal, ich probiere jetzt einfach was Neues aus. Mal gucken, ob ich das behalte oder nicht. Kommt drauf an, was die Weiber natürlich sagen, die hier zugucken, also die 2%. Schreibt es einfach in die Kommentare, ob ihr mich daten würdet, dann weiß ich, ob ich das so lasse oder nicht. Ja, heute kommen wir mal wieder zu einem Baby-Update zu Noah. Ich habe das jetzt in den letzten Monaten nicht mehr so häufig gemacht wie am Anfang. Liegt halt einfach daran, dass am Anfang natürlich viel mehr passiert, als jetzt am Ende. Ich meine, ob er jetzt 10 oder 11 Monate ist, macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied, wie jetzt zum Beispiel 1 oder 2 Monate, wo sich dann halt noch voll viel verändert, wo er gerade auf die Welt gekommen ist und und und. Und genau aus diesem Grund, jetzt habe ich wieder ein bisschen was zu erzählen, deswegen habe ich mir gedacht, ich werde diese Baby-Updates natürlich immer weitermachen, werde ich auf den Laufenden halten. Ich will mal ganz kurz nachgucken hier, Baby-Update-Icon, ich weiß gar nicht, wann das letzte kam. Vor 3, vor 11, vor 2 Monaten? Ich glaube vor 2 Monaten, also vor 11 Monaten war quasi, jetzt ist er ja so 13 ungefähr, kann man sagen. Er hatte Januar Geburtstag, 12, 12,5, 13, ach komm, dann machen wir 13 draus. Es sind 12,5 Monate und ich dachte einfach mal, dass ich euch halt ein bisschen was erzähle. Also die größte Änderung auf jeden Fall generell ist, dass er jetzt in die Krippe geht, tatsächlich. Er hat gerade Eingewöhnung, das macht allerdings alles Gina, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich das ja auch nur aus Erzählungen halt kenne. Läuft aber wohl richtig gut, also die Trennung, wenn man ihn übergibt in die Krippe, ist immer sehr anstrengend, er weint immer sehr viel, will dann halt nicht weg. Wenn er sich dann beruhigt hat, spielt er aber auch, er spielt auch mit größeren Kindern, er macht da auch alles, also da hat er jetzt gar keine Anfälle, dass er jetzt irgendwie weg möchte, sag ich mal oder so. Beim Abholen, dann läuft er auch immer schon direkt zu Gina, will sie auch gar nicht mehr loslassen, ist dann einfach wieder froh, dass sie da ist. Ist ja auch normal, dass das halt so ist, ist ja auch gerade noch Eingewöhnung und so und ist ja auch niedlich, wenn er dann immer direkt zur Abholperson läuft, in diesem Fall halt Gina. Ist auf jeden Fall ganz cool und ja, das läuft auf jeden Fall alles. Er soll da ab nächster Woche einmal mitschlafen, bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das geht oder nicht. Mal gucken, auf jeden Fall, das möchte man auf jeden Fall ändern und ja, ansonsten läuft das auf jeden Fall alles, was so Grippe und so weiter angeht. Er ist da auch mit der Erzieherin halt sehr cool, hat da auf jeden Fall auch schon Vertrauen und so weiter, möchte immer hoch, ist auch eifersüchtig, wenn dann andere Kinder kommen, dann schubst der die mal weg und so. Also ja, wenigstens ist nur selbstbewusst, das ist wichtig, ja, alles richtig gemacht, ja, ob Gewalt jetzt dann die richtige Lösung ist, sei mal dahingestellt. Aber ich denke mal, ich werde Ihnen das Argumentieren auf jeden Fall noch beibringen. So viel auf jeden Fall dazu. Das nächste ist auf jeden Fall, ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass ich jetzt mit Babys so überhaupt nicht kann. Ich muss sagen, so langsam aber sicher kommt man auf jeden Fall rein, denn es ist schon so, dass man tatsächlich jetzt vereinzelt auch schon einige Spiele mit ihm machen kann und ich das halt auch tatsächlich feiere, zum Beispiel so eine ganz einfache Form von Verstecken. Also er läuft ja schon, es gibt ja auch Babys in dem Alter, die noch nicht laufen. Er ist jetzt ja dann zwölfeinhalb Monate, er läuft auch schon einige Monate. Und ich mache das jetzt so, dass ich quasi irgendwo hingehe, hinter irgendeine Tür, was weiß ich, in mein Arbeitszimmer, einfach dahinter und rufe dann so, Noah, wo bin ich? Und dann rennt er halt wirklich und sucht mich richtig niedlich und lächelt mich dann auch immer an, wenn er mich gefunden hat. Also das zum Beispiel ist halt sehr, sehr cool. Das machen wir ganz gerne. Was er auch gerade sehr gerne macht, was aber irgendwie dann, also für mich, wenn man es halt macht, irgendwie dann nervig ist. Er versteckt sich jetzt sehr gerne hinter zum Beispiel einer Gardine oder auch, keine Ahnung, wenn ich ihn jetzt ausziehe, für Schlafen fertig mache und ich gebe ihm die Hose, dann zieht er sich das so über Gesicht und dann sage ich ihm mal so, oh, wo ist denn der Noah auf einmal hin? Und das ist halt zwei, dreimal cooler, aber wenn er es dann zum sechsten Mal macht und du kannst ja nur das Gleiche sagen, so, ich meine, er liegt da ja. So, weißt du, zweimal ist es cool. Also beim sechsten Mal denkst du dir so, Noah, wo ist er denn? Keine Ahnung oder so, weißt du, manchmal machst du dann, kannst du ja noch so Spiele machen, dass du von der Seite reinguckst, dass du es ihm runterziehst, aber irgendwann hast du alles durch. Dann denkst du so, ja, was soll ich jetzt machen, Bruder, was ist jetzt meine Möglichkeit hier? Aber das ist auf jeden Fall halt auch wirklich sehr, sehr niedlich. Dann kitzelt er uns zum Beispiel auch immer, das ist auch sehr cool, ne? Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf dem Boden liegen mit ihm und so, dann kommt er voll oft und kitzelt uns so ein bisschen so am Bauch, beziehungsweise versucht es halt. Das ist zum Beispiel auch sehr, sehr niedlich. Er hört auch schon ganz gut, jetzt natürlich nicht so auf alles, was man halt sagt, sage ich mal, dass er dann alles macht, aber zum Beispiel, er hatte vorhin so ein Gummiband, also sowas hier zum Beispiel, so ähnlich, Noahs Gummi halt, und das wollte er die ganze Zeit ohne den Finger drum haben. So, und dann ist er immer weggelaufen, dann hat er sich das angekuckt, wollte das so abmachen. Dann habe ich auch immer gesagt, ja, wenn du es abhaben möchtest, dann komm halt her. Und dann ist er auch direkt gekommen, also ohne, dass ich jetzt irgendwie das so gezeigt habe oder so, ne? Sondern nur bei dem Gesagten halt ist er dann immer gekommen. Oder manchmal räumt er auch mit auf, ne? Also wenn man sagt, ja, wir müssen das noch wegräumen, räumt er das auch wirklich weg. Also auch da ist er auf jeden Fall ein aufgewecktes, hochbegabtes Kerlchen, kommt also zum Glück ganz nach dem Vater, nach der Mutter. Ja, lost. Spaß, Digga. Hätte auch Glück gehabt. Real Talk. Das sind auf jeden Fall Dinge, die halt ganz cool sind. Wir haben zum Beispiel auch schon so ein Fischangel-Ding, ne? Also wo da so Holzfische sind und Oktopusse und so. Und dann ist da so ein Magnet in der Mitte mit so einer kleinen Angel. So diese ersten Spiele, die man quasi so, also so Gesellschaftsspiele, sage ich mal, die man mit Kindern machen kann. Und versteht er auch schon, also du kannst es natürlich nicht richtig spielen mit Anleitungen und so, aber er versteht auf jeden Fall, was er mit der Angel machen muss, dass dann Magnet dran ist und dass er damit dann quasi die hochbekommt, ne? Also auch das hat er auf jeden Fall halt schon gecheckt. Und das ist alles auf jeden Fall wirklich sehr, sehr niedlich. Auch grundsätzlich würde ich auch sagen, dass es auf jeden Fall in letzter Zeit auch schon deutlich besser funktioniert, was zeitliche Sachen und so weiter angeht, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben ja zum Beispiel gemacht, dass wir gemeinsam Abendessen, damit wir mal so ein bisschen so Familienleben halt reinbekommen. Ich weiß, dass es halt eher an mir liegt, ne? Weil mit Stream und YouTube-Videos machen und so weiter, ich bin immer ein bisschen faul, das weiß ich. Ist das Ganze immer nicht so einfach, deswegen haben wir zumindest schon mal gesagt, dass wir jetzt immer zusammen Abendbrot essen, damit man als Familie wenigstens einmal am Tag halt wirklich zusammenkommt. Mittagessen machen wir nicht, weil wir Mittag essen wir meistens, wenn Noah schläft, ne? Dann können wir ja dann nicht als Familie dann zusammensitzen, also nicht zu dritt. Machen das halt aber auf jeden Fall, wenn zum Abendbrot dann halt einfach, ne? Immer so 18, 18.10 Uhr, ist natürlich halt stressig, wenn ich erst später anfange zu streamen, aus irgendwelchen dämlichen Gründen, dann bin ich halt auch erst später da, kann ich nicht so lange streamen, genau, weil ich dann zum Abendessen muss, das ist ein bisschen stressig, aber abgesehen davon ist das auch wirklich sehr, sehr cool. Und in letzter Zeit war ich auch jetzt gerade, wo es wieder so warm war, auch öfter mit Noah mal draußen, auch wir gemeinsam zu dritt halt, ne? Sind ein bisschen draußen rumgelaufen, auch mal zum Spielplatz gegangen und so. Und auch das ist halt wirklich sehr, sehr niedlich. Ist natürlich immer noch ein Baby, ne? Er versucht oft, also ein Kleinkind, das ist ja gar kein Baby mehr, er versucht oft abzubiegen zum Beispiel, also wenn du jetzt einfach gerade gehst und da ist irgendeine Einfahrt, dann geht er da sofort hin. Sowas ist ein bisschen stressig. Aber der hat auch voll viele Phasen, wo der wirklich einfach läuft auf dem Gehweg und dann zum Beispiel den Einkaufswagen, also nicht Einkaufswagen hier, den Babywagen halt schieben möchte. Und dann läuft er wirklich die ganze Zeit einfach neben uns halt her. Und das ist halt so voll niedlich, dass du den halt wirklich schon so ein bisschen laufen lassen kannst, ohne, dass du jetzt alle zwei Sekunden, dass der hoch möchte, dass der sich den Stock anguckt und dann den, sondern dass du wirklich auch so Spaziergänge, sage ich mal, mit ihm machen kannst. Das ist auf jeden Fall halt sehr, sehr cool. Und auf dem Spielplatz, er feiert zum Beispiel das Trampolinspringen, das finde ich auch ganz cool, das habe ich mit ihm gemacht. Und hat er gefeiert, ne? Sowohl wenn er selber steht, als auch wenn er sitzt, fand er sehr lustig. Das ist halt ganz nice. Schaukeln tut er eigentlich auch relativ gerne. Und sind Dinge, die auf jeden Fall sehr nice sind, muss man sagen. Also das macht einem auf jeden Fall Spaß. Und ich merke auch selber auf jeden Fall, dass ich halt so langsam aber sicher reinkomme. Klar, ich werde immer noch mehr Spaß mit einem Kind haben, wenn es älter ist. Also ich habe auch mal so überlegt mit einem Kollegen, was wäre so das beste Alter, was man mit einem Kind haben kann. Habe ich tatsächlich lange überlegt, so ich würde sogar glatt sagen, es gibt eigentlich nicht das perfekte Alter. Weil jedes Alter für sich selber einfach super niedlich ist. So jetzt zum Beispiel, Noah hat uns am Anfang halt nie so Küsse gegeben. Und jetzt macht er das zum Beispiel, ne? Wenn wir sagen, Noah kriege ich einen Kuss, so dann kommt er immer mit so offenem Mund, so. Dann küsst er uns halt quasi, ist halt auch super niedlich. Ähm, und das ist ja nur im Kleinkindalter so. Ich meine, du kommst ja nicht mit acht oder neun, sagst ja nicht so, ja, kannst du mir einen Kuss geben. So ist irgendwie ein bisschen weird kommen, habe ich das Gefühl. Ähm, deswegen, ne? Jedes Alter hat halt irgendwie so seine besonderen Momente, ne? Auch zum Beispiel so die Einschulung oder so. Oder jetzt zum Beispiel Weihnachten, ne? Dann jetzt in ein paar Jahren, wenn man dann richtig feiern kann mit, ja, das war der Weihnachtsmann und so weiter. Ne? Das sind ja alles Dinge. Wenn er dann in der Schule ist, gibt es das zum Beispiel nicht. Aber wenn er in der Schule ist, kann er zum Beispiel wieder mehr. Oder worauf ich auch Bock habe, ist vielleicht, wenn er so 10, 11, 12 ist. Weißt du, wenn er dann vielleicht Fußball spielt oder irgendeinen anderen Sport macht. Da kann man hinfahren. Dann kann man, ähm, mit ihm irgendwie in den Urlaub fahren. Weißt du, einfach Freitag von der Schule abholen, ohne dass er es weiß. Einfach sagen, jo, wir fahren jetzt sonst wohin in die Berge, whatever, was auch immer. Einfach ein Wochenende gemeinsam verbringen. Ne? Also solche Sachen halt. Äh, da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Und, ähm, ja, jetzt muss man ja quasi noch die Zeit überbrücken, bis man dann solche Sachen da halt machen kann. Aber, ja, ich denke auch mal jetzt, wo dann der Krippe ist, auf jeden Fall, dass das Ganze dann halt, ähm, deutlich besser laufen wird. Ne? Da gehe ich auf jeden Fall halt von aus. Und, äh, wie gesagt, ansonsten, ähm, gibt es da eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, läuft auf jeden Fall alles viel, viel besser. Viel besser als am Anfang, ne? Wir hatten sehr viele Schwierigkeiten. Die ersten Monate war auch klar, ähm, man muss erst mal reinkommen. Wir sind halt noch sehr jung. Ich denke mal, dass wir das jetzt gerade aber ganz gut hinkriegen. Wenn wir jetzt noch eine Babysitterin hätten, dann wäre es auf jeden Fall OP. Und, ähm, ja, viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Was wir zum Beispiel auch immer spielen, was auch immer sehr niedlich ist, ist, ähm, dass ich hinter Noah herlaufen sage, jetzt schnappe ich mir den Noah, jetzt kriege ich ihn. Dann läuft er auch immer so lächelnd weg. Und, äh, wenn dann Gina oder ich halt auf dem Boden liegen und dann so die Arme ausbreiten, dann läuft er uns auch immer so in die Arme. Äh, das auch, also quasi um sich so zu schützen, sage ich mal, ne, vor der Person, die ihn jagt. Das ist auch wirklich sehr, sehr niedlich. Ich habe ihn natürlich schon ein paar Mal so gegen den Ball treten lassen. Hat er auch so ein bisschen auf jeden Fall verstanden. Also, da geht auf jeden Fall was, ne. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Bin auf jeden Fall gespannt, wie sich der Noah so weiterentwickelt. Sieht aber auf jeden Fall ganz gut aus, ne. Auch schlafensmäßig hat es sich auf jeden Fall verbessert. Also, wir hatten auch wieder, natürlich jetzt gerade während so Wachstumsschüben, wo der halt noch so jünger war, dass der jede Nacht mega lange wach war, ne. Wir hatten auch Nächte, da mussten wir ihn rausholen, so von 22 bis 0, bis er wieder geschlafen hat und so. Das war wirklich halt mega anstrengend. Jetzt geht es besser. Er wacht zwar immer noch jede Nacht ein, zwei, wenn es schlecht läuft, mal dreimal auf. Schläft aber auch relativ schnell immer wieder ein und will da meistens halt nur was trinken. Und er gibt auch schon vereinzelt ganz selten mal Nächte, wo er nur einmal wach wird. Oder es gab auch, glaube ich, schon mal eine, wo er gar nicht wach geworden ist. Also, auch das geht auf jeden Fall langsam, aber sicher in die richtige Richtung. Und er ist auf jeden Fall niedlich. Ja, viel mehr kann ich dazu auf jeden Fall nicht sagen. Ich werde euch dann auf den Laufenden halten. Ich schätze mal so, je nachdem natürlich was passiert, zwei, drei Monate, wird bestimmt das nächste Update kommen. Und wenn er dann acht ist oder so, dann machen wir gemeinsame Baby-Noah-Updates auf jeden Fall. Ja, hoffe, dass es wieder hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ich überlege noch kurz. Habe ich irgendwas vergessen, was man noch sagen kann? Wahrscheinlich, ne? Aber, ja gut, beim Abendbrot essen zeigt er auch immer, was er haben möchte. Und er kann so bitte, bitte. Also, wenn er irgendwas haben möchte, dann macht er immer so, so bitte, bitte mit den Armen. Das ist halt ganz niedlich. Reden, genau, reden zum Beispiel. Reden kann er noch nicht. Er hat bisher noch nicht wirklich was gesagt, nur halt so Gebrabbel. Wenn man ihn so sagt, sagt Papa, kommt so, Baba, so, schon so. Die Ansätze sind halt da, aber noch nicht so, dass er das jetzt wirklich so richtig sagt, sag ich mal. Das kann er halt leider noch nicht, aber ist ja auch nicht schlimm. Jedes Kind entwickelt sich anders. Er kann dafür laufen. Das war mir persönlich auch wichtiger tatsächlich. Genau, das sind so, glaube ich, dann auch alles. Weiß ich nicht, man. Schon lange nicht mehr gemacht so ein Update. Das ist schon zwei Monate her. Ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, die sich tatsächlich verändert haben. Und er weint halt nicht mehr so viel. Er bockt halt sehr oft. Da muss man natürlich auch hart sein. Zum Beispiel habe ich ihm mal gesagt, jo, heb mal bitte die Kerze auf. Dann hat er direkt gebockt und wollte weg. Dann habe ich ihn da auch irgendwie zehn Minuten gehalten oder so, bis er das dann halt aufgeräumt hat. Aber muss man halt durchziehen. Also Bockanfälle hat er halt manchmal schon. Aber haben wir bei Blinkist gehört, meine Freunde, wenn ein Kind bockt, einfach umarmen, Liebe geben, verständlich sagen. Ich weiß, dass das jetzt gerade doof ist und quasi gut zureden. Denn es liegt dann daran, dass die beiden Gehirnhälfte für Emotionen und irgendwas anderes, dann übernimmt irgendwie die eine Hälfte, sage ich mal, das alles. Ich glaube, die emotionale und er kann gar nicht mehr rational denken. Und so durch dieses Lieben, Umarmen und so weiter öffnet sich quasi die andere Hirnhälfte dann wieder. Also nicht einfach auf den Boden lassen und schreien, sondern dann wirklich nehmen und sagen, ja, ich weiß, dass das doof ist, wir lieben dich, blablabla. Solche Sachen hilft auf jeden Fall. Danke, Blinkist. Gib mir ein Placement. Und genau, das war es jetzt aber wirklich. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye.